So, der Sonne ist herzlich willkommen zurück bei Outlast Nur dem, wo wir gleich hier heute durch die Geischen gehört sind, ohne richtigen Sinn Und ich denke, kurz nachgeguckt, wo wir überhaupt hin müssen Ja, etwa Da, wo ich schon dreimal vorbeier tun habe, wo wir nicht drauf gekommen sind Und da hier So, die Batterie aufgenommen Dann holen wir die Batterien, denke ich, allgemein Ja, hier ist die andere, wir wollen nicht hinzugehen, da laufen wir die andere im Weg Ich so, ich weiß noch, wo die hinzugehen Und das geht also, ich kann ja, wo ich nicht auf Polen Wo dunkel dabei ist und das Und das hält Ich nicht unbedingt grusel, fucker Ähm, heute haben wir noch eine Batterie So Ähm, ja, da brauchen wir nicht mehr, wir haben alles Ja, da klappt's schon super Wieso, wir müssen durch rüber, das tut nicht Gesinn Weil den durch rüber musst Das ist doch nicht feig, halt Ich wusste vielleicht, dass du nicht stark gesund Wir müssen durch rüber, aber Da hab ich schon immer geguckt, wie in du rup gesprungen hast Und da hab ich schon weiter geguckt Okay 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 So 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 machen wir brauchen drei sichtungen und ich werde mit der von der schwarze eingeschwung aufrafen kommen die vollidioten das ist ich gucke wie sie alle sind und dann rafeln sie auf hast du deine idee höchstplatschleppwissen den gruselverktor meh ich bin dumm und verstanden drive in te nils ok den englisch landen aus haue haupt wie die ach du klo ach du klo Hallo? Ah ok, ich hab ja schon Eingesicherung, ok. Wie gesagt, wir raffen den nicht direkt ab, weil ich will das Algo gleichzeitig abrafen oder relativ gleichzeitig abrafen. Und dann Spieleausstrick, hoffentlich wohl, dass ich das getrickst, kreieren. Wenn du siehst, ha ha ha, fängt dich dann. Nein, nein, soll nicht. Kann natürlich auch sein. Pray for a revolution, ok. Ok. Bye. Ok, ok. Spiel hochgesund, fack dich. Spiel hochgesund, fack dich. Spiel hochgesund, fack dich. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Oh, das ist ja Spiel hochgesund, fack dich. Oh, ja. Mach's so. Merci. Bye. Ok, Spiel hochgesund, fack dich. Jetzt wollte ich halt das Spiel ausrechsen, aber mit Spiel. Das ist fack dich. Oh, ich muss das so zippern発den. Wenn sie es malruption hast, dann bin ich ruhig. ok muss ich schon mal aufgehangen war das nicht mehr ne oh no ok sind wir nur zwei oder was ok bye bye ok die haben den innen mal schon mal aufgehangen den lassen wir nach hinten vielleicht kann ich ja nicht jetzt mal den lassen wir nach hinten da ist die Erna ich kann den ok ok wie werde ich noch nicht drücken ich kann einen anderen rauskommen ne wie werde ich noch nicht drücken ich kann einen anderen rauskommen gut ok du musst ok komm ok okay wir machen das wir haben rausgelaufen wir wollen wir in anderen teilen gank gelaufen sind wir schon relativ gut um weh wir haben noch die 30 schon wieso von dem wir in anderen teilen gank gelaufen könnt natürlich natürlich dumm spiel da ne ich lehne sich auch den 3 von den an muss ich nur irgendwie auflegen ok komm seitdem schon ja doch 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 ich kann aber ich darf nur lang ne los ne 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 fuck 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 komm ne klatsch 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 so 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 verschoben wir mal das heran ok ok wir darfst nicht so klar wie ich meine du ein tun ne wir nicht so ich nicht so wir nicht so wir sind Du brauchst ne Katina, oder? Okay. Okay, Mika, gehen wir mal weiter. Oh, weh den was rum du! Du bist ein dummen Idiot! Muss den zurücklaufen! Komm schon! Komm schon! Nee! Fackspiel! Okay, low weg. Okay, low weg. Oh, okay. Okay, low weg. Und hey, low weg. Da laufen nicht einfach raus. Ist dein Deal, oder? Wir brauchen auch was ein bisschen heuer, das machen wir. Da sind die mit dem Milch nicht kann und los sind. Ich muss ihn... Cantillo, oder Cantillo nicht? Okay. Okay. Oh, was ziehen. Okay. 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 Another time. Ich stehe ja rein auf alles. Ja, du hast ihn. Oh, fuck! Was? Ah, fuck, ich weiß nicht. Ich dachte mir mal, heil hier. Heil rüber. Ich hab die heute einen Foto gemacht. Du glaub ich bin dumm, oder? Schaffend, Junge. Nee! Nee! Das wirks mich schlau. Oh, fuck it. Ja, von den Actionfilm. Ah! Okay, du hättest. Oh, fuck! Wo, 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 wo hättest du? Mach he. Ah, du hättest. Hai rüber. Lass das zu wandern. Lass das zu wandern. Ok, da gefällt mir gerade Freundin. Ok, ich darf nicht so auf meinen Oko probieren. Das muss auf Flachs gehen. Ja, was toll hat denn? Ich weiß nicht, es ist wohl auch gut so. Ich mach den mit ab. Du kannst direkt hier ranlaufen. Ich mach so Batterie, ich muss nicht aufhalten. Die ganze Zeit in den ersten Dreck. Einfach hier. Ok, den Schlüssel aufgenommen. Ok, ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Mit dem Schlüssel. Da ist mein Problem. Wie stehen da mit dem Schlüssel? Na ja... Na... Nein. Ist so gespart, Frau? Ja, nicht. Hm. Ok, das muss man mal gucken halt. Der war mal. Ich muss extra... Oh! Okay! Nein, das ist... Schlimm. Das ist eine Batterie, Gott sei Dank. Okay. Das ist schön an dir aber. Okay. Dann haben wir zuerst, damit du schon Mail gepopst lässt. Okay, ja. Okay, hier kannst du gesperren. Okay. 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 Ah! Okay. 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 Rimm-e-jump Rimm-e-jump Gut Was muss hier drauf? Da ist die Hand auf der Mauer Ah Ha Ja Ok Ich weiss nicht mehr Quatrie Ha Da will ich nicht leiden das so stecken Komm hol der Hol sie Du Aßab Ok Warteinke Wir fühlen uns schneller gehen Warteinke Wir fühlen uns schneller gehen Warteinke Ok Ok Wir sehen uns nicht Wir sehen uns nicht Also So Wir sehen uns nicht Im nächsten Mal Wir sehen uns der